Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! 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 Wie heißt ihr? Ich bin Lina. Und ich bin Laura. Ich bin zehn Jahre alt. Ich elf. Und wir sind L&L! Wow! Ich könnte mir vorstellen, dass ihr irgendwas mit Tanzen macht. Ja! Ja! Habt ihr schon Titel gewonnen? Ja! Welche? Ich wurde dreimal Europameister. Wow! Aber dann habt ihr eine eigene Trainerin schon oder sowas? Ja! Ist auch da, ja? Ja! Trainerin! Ja! Ich finde das ja wirklich ganz, ganz toll, wenn Kinder quasi schon irgendwie so ein Hobby machen, sich da so engagieren und pipapo. Ihr tut was für euren Körper, ihr tut was für die Kreativität. Das ist einfach super. Ja! Das gucken wir uns jetzt mal an! Ja! Okay! Ihr könnt anfangen! Ja! 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 Vielen Dank. Don't ask me, because I don't know why, but it's like that. Run, get your jam at the gate. Run, get your jam at the gate. Get your jam at the gate. Check this out. Will ich mir was wünschen? Gutes Ende, Mega-Ende. Yeah. Rainer, es guto. Rainer, es guto. Rainer, es guto. Rainer, es guto.